Der D28-68 V8-Motor leistet 500 kW, also 680 PS, und liefert ein maximales Drehmoment von 3000 Nm beim Einsatz im Fernverkehr. Das sind Leistung und Drehmoment satt. Dazu erhält das Fahrzeug durch ein spezielles Sound Engineering einen sanften und gleichzeitig kraftvollen Sound. Der neue V8-Motor ermöglicht auch bei schwersten Topografien höchste Durchschnittsgeschwindigkeiten. Für den Einsatz im Schwerlastbereich kommt bei der normalen TGX-Baureihe eine eigene Motorausführung mit angepasster Charakteristik und einem Drehmoment von 2700 Nm zum Einsatz. Der D28-68 V8 ist mit dem Abgasreinigungssystem MAN at Blue ausgestattet und entspricht den Schadstoffgrenzwerten nach Euro 5 und in der Fernverkehrsversion sogar den EEV-Vorgaben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.